so meine lieben freunde ihr seht es wir befinden uns wieder in dem spiel und ich wurde ja gefragt weil ich ja diese wie ist das ding hier noch von dem guten thunder store haben wir ja die sotf das mod menü bei wolfie auch runtergeladen also eine basic ein basic mod menü ich schalte einfach maximale gesundheit maximale stamina maximale stärke kein hunger kein essen und reset an ihr seht schon es passiert jetzt auch nichts mehr jetzt haben es einmal getestet und aktivieren könnt ihr das ganze mit der tabulator taste das ist die taste links neben eurer q taste die pfeile mit links rechts und ihr seht schon haut uns zwar und wir kriegen auch ein bisschen was ab ja dass wir aber wir kriegen keinen schaden es geht nichts runter essen ist komplett hoch trinken ist komplett hoch wir kriegen keinen schaden das heißt für irgendwelche tutorial videos oder erkundungs videos ist das ein sehr sehr einfaches menü hier oben links womit wir halt die notwendigen sachen einmal ausschalten können und dementsprechend könnte ich jetzt in die höhle ohne dass mir was passieren würde oder 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 es ist natürlich sehr spartanisch gehalten da ist jetzt nicht viel drin wir können uns nicht sparen wir können uns nicht teleportieren das wären ja nochmal die interessanten sachen aber sobald ich dort eine möglichkeit finde wenn es das in mod api oder ähnlichen oder ähnlichen admin tools zu finden gibt jetzt gehen sie mir aber richtig auf den sack dann werde ich euch auf jeden fall auf den laufenden halten ansonsten wie immer däumchen nach oben und so weiter und sofort kommentare wie immer rein in die kommentare und dann würde ich sagen bis zum nächsten video